Die Regelung ist ein spezielles Thema, also bemerkst du dich an. Dann beginnst du den Spiel. Ja genau so, Rühmteister haben wir den Namen des Geliebten über das Radio auszuschreien. Alter, wie kann man das Ding verfehlen bitte? Und mal auf die Seite kriege ich das, das kriege ich wahrscheinlich aus dem Ding, den wir mit dem Ding nicht hin, oder? Ah! Wird er verladen. Komm, mach ich nicht. Hit. 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 Komm, einer noch. Jawohl. So, und. Den haben wir. So, können wir gleich mit den beiden anderen. Und der Charging hat echt gute Manusierbarkeit wirklich verfahren. So, da ist doch einer, oder? Jawohl. Ja, habe ich da einen guten Ding. Er flogt Armour. Ah, er hat zurückschossen. Ah, das kann ich nicht stehen, hey. also der nimmt mich auseinander der eine ich den irgendwie von hier also also jetzt habe ich gleich wenn er noch einmal dritt bin ich habe nicht ich habe sie verkauft Untertitelung des ZDF, 2020 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 die treffen auch so gut GAS! 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 Und wird dasselbe wie ich jetzt fahren oder was? Ach keine! Bitte ich hab's nicht! Also hier haben wir doch viel besserer Winkel, oder? Ja ok. Ich hab das Gefühl nicht so viel von hier. Ah, das ist doch... Also Kamera und Steuerung hätten wir noch ein bisschen überarbeiten können. Ich hab jetzt echt gedacht, gegen den Mathilda komm ich da irgendwie leichter durch als gegen den Pershing, aber... Ich hab das Gefühl nicht so viel zu tun. Ok, aber ich hab das Gefühl nicht hier. Ok, Arme Aldo. Ich hab's nicht gewonnen, oder... Ja... Jetzt gehen wir los. Aufsache dieses blöde Level beendete. Oh, man. You made a good fight. You killed the enemy. You were so good. You're right, Sanders. Thank you, Darjeeling. You've also become a fun game today. You're just a fun game. You're just a fun game. You can't get the dance, but you can't play the dance. You know, you're like the two of us playing the dance today. Das war's für heute. Ich danke Ihnen für eine schöne Dänse. Herr Präsident, hast du gemacht? Hä? Hip-Hop gibt es manchmal zu spielen, aber... Ich denke, ich denke, dass die Dänse der Dänse nicht anders ist, Herr Präsident. Ich denke, es ist vielleicht so, aber ich denke, dass die Fühlinge ähnlich ist. Sie sind interessant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Level 39 Als Crew haben wir jetzt Alice Shimada, ok Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angeheuer, also das haben wir jetzt nicht alles Ding Wilderness gegen Allstars im Anulation Battle, ok Allstars hatten wir schon mal, da können wir jetzt nicht über das Gespräch auch drüber skippen Ich habe jetzt Gloriana nur drin gelassen, weil die hatten wir letzte Runde noch nicht, dass wir es immer mitkriegen, was die gegeneinander schwätzen Ich bin auf der anderen Seite, also die Ich bin auf der anderen Seite, also die Ich bin auf der anderen Seite, wie im Anwalt Ich bin auf der anderen Seite, die wir jetzt mitkriegen, also die Einer haben wir und dann haben wir jetzt noch eine zu schütteln, dann ist noch einer. Dann haben wir hier noch eine zu schütteln, dann ist noch richtig heiß. Eralım 2 so, als das hier drinnen vielleicht noch die Leitung ist wieder langsam oder die Liste langweilig ich bleibe wieder an dem stein stelle erwischt schön dass ich gegenseitig blockieren was ich auf dem knappe näher ja wohl von uns auch sehr klein Oh, Centurion ist raus. 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 Oh, Centurion ist raus.